In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, vierzig Tage lang, und er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts, als sie aber vorüber waren, hungerte ihn. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da führte ihn den Teufel hinauf und zeigte ihm einen Augenblick.